Was wäre, wenn Neymar Junior sein vollstes Potenzial ausnutzen würde? Das finden wir heute heraus. Und zwar seine Karriere beginnt wieder bei Barcelona, da es leider Santos nicht gibt im Karrieremodus. Deswegen Neymar wieder 21 Jahre alt und frisch nach Barcelona gewechselt. Im Hintergrund sehen wir noch das Team von Barcelona mit Neymar, Lewandowski und Dembélé, das neue Traumtrio da vorne. Zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or im ersten Jahr gehören Mbappé, Messi, Haaland und Karim Benzema. Und Kylian Mbappé konnte seinen ersten Ballon d'Or-Titel gewinnen. Selbstverständlich gehörte Mbappé dann auch zu den Teams des Jahres neben sehr vielen Manchester City-Spielern und ein paar Real Madrid-Spielern. Am Ende der Saison hat es Barcelona geschafft, auf dem dritten Platz zu landen. An Real Madrid war diese Saison kein Vorbeikommen. Mit 95 Punkten haben sie klar die Meisterschaft gewonnen. Im spanischen Cup war für Barcelona im Viertelfinale Schluss. Dort hat man gegen Sevilla 4-2 verloren und am Ende konnte Villarreal den Pokal gewinnen. In der Champions League sah es auch nicht viel besser aus. Dort war im Viertelfinale schon Schluss. Gegen Wolfsburg ist man ganz knapp rausgeflogen und am Ende konnte Liverpool das Finale für sich entscheiden und hat damit die Champions League gewonnen. Individuell konnte Neymar absolut überzeugen in dieser Saison. 26 Tore und 9 Torverlagen sind auf sein Konto gegangen und er ist hoch auf 91. An dieser Stelle lasst gerne ein Abo da, um weitere Spielerkarrieren nicht mehr zu verpassen und mitzubestimmen, welchen Spieler wir als nächstes machen sollen. Und selbstverständlich geht es auch in die zweite Saison für Neymar weiterhin bei Barcelona. Mittlerweile ist er sogar der beste Spieler, da Lewandowski etwas abgebaut hat. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team, an dem sich aber auch nichts verändert hat. Im zweiten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Karim Benzema und Erling Haaland. Und diesmal konnte sich Erling Haaland am Ende durchsetzen und seinen ersten Ballon d'Or-Titel gewinnen. Und hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres und zwar auch mit vielen Manchester City-Spielern, aber auch natürlich ein paar Real Madrid- und Liverpool-Spielern sowie natürlich Kylian Mbappé wieder. Und Neymar konnte seinen ersten Titel mit Barcelona zusammen gewinnen und zwar haben sie mit einem 2-Punkte-Vorsprung vor Real Madrid die La Liga gewonnen. Im Pokal musste man sich aber leider dann wieder Real Madrid geschlagen geben und zwar ist man direkt rausgeflogen, auch wenn nur knapp im Elfmeter schießen und am Ende konnte Villarreal den spanischen Pokal ein weiteres Mal verteidigen. In der Champions League lief es absolut überhaupt nicht für Barcelona und zwar ist man dort nur dritter Platz gewonnen und damit in die Europa League abgerutscht. Man musste nämlich sich gegen Dortmund und Olympique Marseille geschlagen geben und am Ende konnte Bayern München die Champions League gewinnen. Denn dessen hat es Barcelona auch nur geschafft bis ins 8. Finale zu kommen, da man dort gegen Olympique Marseille den Kürzeren gezogen hat. Individuell konnte Neymar aber ein weiteres Mal absolut überzeugen, diesmal sogar 27 Tore und 12 Torflagen hat er erzielt. Er ist hoch auf eine 93 und bereit für die 3. Saison. Und auch in der 3. Saison bleibt Neymar Junior weiterhin bei Barcelona auf Titeljagd. Und hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von Barcelona, diesmal mit einem neuen Linksverteidiger und Rafinha als Stammspieler. Im dritten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Neymar diesmal sogar dabei und sein Teamkollege Rafinha. Und Neymar Junior hat es auch geschafft, direkt seinen ersten Ballon d'Or Titel zu holen. Selbstverständlich gehörte Neymar Junior dann auch zum Team des Jahres mit ganz vielen verschiedenen Barcelona-Spielern natürlich und auch Mbappé mal wieder. Und auch in dieser Saison konnte Barcelona die La Liga gewinnen, diesmal mit einem richtig guten Punktevorsprung und zwar 11 Punktevorsprung vor Atletico Madrid. Mit 94 Punkten hat man klar die Meisterschaft geholt. Im spanischen Pokal sah es auch lange sehr, sehr, sehr gut aus, aber dann ist man leider im Finale gegen Atletico Madrid gescheitert. Und das gleiche Spiel auch in der Champions League. Dort sah es auch sehr, sehr, sehr lange gut aus, aber dann im Finale hat man leider gegen Chelsea im Elfmeterschießen knapp verloren. Das Triple war zum Greifen nah, aber leider hat man es nicht geschafft, dennoch konnte Neymar absolut individuell überzeugen. 40 Tore diesmal hat er geschafft, 12 Torvorlagen wieder erzielt und er ist hoch auf eine 97. An dieser Stelle lasst gerne ein Abo da und schreibt in die Kommentare, welchen Spieler wir als nächstes machen sollen. Und selbstverständlich spielt Neymar auch die vierte Saison weiterhin bei Barcelona. Im Hintergrund sehen wir noch das Team von Barcelona, an dem sich aber nichts verändert hat. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in der vierten Saison waren dann Rafinha wieder, Kylian Mbappé, Erling Haaland und natürlich auch Neymar Junior ein weiteres Mal. Und Neymar hat es geschafft, seinen Ballon d'Or Titel zu verteidigen. Und selbstverständlich gehörte Neymar dann auch zum Team des Jahres, wie viele seiner Teamkollegen, aber auch ein paar vereintet Spieler von Manchester City. Am Ende der Saison musste man sich diesmal leider Real Madrid geschlagen geben. Ein weiteres Mal für die Titelverteidigung hat es leider nicht gereicht. Im spanischen Pokal sah es überhaupt nicht gut aus. Dort ist man direkt rausgeflogen gegen Osasuna und am Ende konnte Real Madrid den Pokal für sich entscheiden. In der Champions League konnte Barcelona es schaffen, bis ins Viertelfinale zu kommen. Dann war aber Schluss gegen Inter Mailand und Bayern München hat am Ende die Champions League gewonnen. Aber Neymar konnte wieder überzeugen und zwar diesmal mit 32 Toren und 17 Torverlagen und er ist hoch auf eine 99. Für die fünfte Saison brauchte Neymar eine neue Herausforderung. Deswegen ist er zusammen mit seinem Teamkollegen Rafinha zu AC Mailand gewechselt. Im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von AC Mailand, welches sich auch sehr gut sehen lässt und auf jeden Fall Titelkandidat ist. Favoriten auf dem Ballon d'Or im fünften Jahr sind Kylian Mbappé, Erling Haaland, David Nunez und Vinicius Junior. Und gewinnen konnte Kylian Mbappé. Im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres, diesmal mit richtig vielen verschiedenen Vereinen wie Real Madrid, Liverpool, Neapel, Bayern und so weiter. Am Ende der Saison hat es für AC Mailand leider nur für den dritten Platz gereicht in der Serie A. Und auch schon im Pokal war für Mailand im Viertelfinalschluss. Dort ist man leider gegen Lazio Rom im Elfmeterschießen knapp ausgeschieden und am Ende konnte Juventus Turin den Pokal gewinnen. In der Champions League sah es dafür besser aus, dort ist man bis ins Halbfinale gekommen. Dort war aber dann Schluss gegen Manchester City, die dann auch im Anschluss das Finale für sich entscheiden konnten. Ja und woran es lag ist, und zwar Neymar hatte sich leider verletzt innerhalb der Saison und deshalb nur sechs Einsätze gehabt. Auch wenn die letzte Saison für Neymar richtig unglücklich lief mit der Verletzung, bleibt er natürlich weiterhin ein weiteres Jahr bei AC Mailand und will jetzt durchstarten. Im Hintergrund sehen wir dann das Team von AC Mailand, diesmal etwas anders aufgestellt und bereit für die Titeljahr. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or-Titel in diesem Jahr sind Kylian Mbappé, Joe Felix, Erling Haaland und Phil Foden. Und am Ende konnte Erling Haaland seinen zweiten Ballon d'Or-Titel gewinnen. Dieser gehörte dann selbstverständlich auch zum Team des Jahres neben Kylian Mbappé, Florian Wietz und vielen verschiedenen Spielern aus verschiedenen Vereinen. Mit einem fitten Neymar war man diesmal dann auch in der Liga erfolgreich und zwar mit einem 95-Punkte-Nicht-Vorsprung, sondern 13-Punkte-Vorsprung vor Juventus-Turin konnte man die Serie A gewinnen. Im italienischen Pokal sah es auch lange sehr gut aus, aber dann ist man leider im Finale gegen Juventus-Turin mit 2-0 gescheitert. In der Champions League ist man leider nicht so weit gekommen. Dort ist AC Mailand im 8. Finale auf Barcelona den Ex-Klub von Neymar getroffen, aber leider hat man knapp verloren. Und am Ende konnte Atletico Madrid das spanische Duell bzw. sogar das Stadtderby gegen Madrid gewinnen. Jedoch konnte Neymar natürlich wieder jetzt in seiner ersten richtigen Saison bei AC Mailand individuell absolut überzeugen. 1,30 Tore, 12 Torverlagen gehen auf sein Konto und er ist natürlich weiterhin auf einer 99 hoch. Und auch in der siebten Saison bleibt Neymar Jr. weiterhin bei AC Mailand und mal sehen, was diesmal möglich ist. Hier im Hintergrund sehen wir dann nochmal das Team von AC Mailand, aber soweit ich sehe, sollte dort nichts sich verändert haben. Und in dem letzten Jahr die Favoriten auf dem Ballon d'Or Erling Haaland wieder, Rafinha, Neymar Jr. und Kylian Mbappé. Und Neymar konnte seinen dritten Ballon d'Or Titel gewinnen. Damit haben wir in dieser Folge zwei Titel von Kylian Mbappé gesehen, zwei Titel von Erling Haaland, aber Neymar war kein Vorbeikommen mit drei Ballon d'Or Titel. Selbstverständlich gehörte Neymar dann auch zu dem Team des Jahres neben vielen Teamkollegen wie Rafinha, Tonali, Brahim Dias, Hernandez und so weiter. Und am Ende der Saison hat es für AC Mailand leider nur für den zweiten Platz gereicht, denn an Juventus Turin war kein Vorbeikommen und Monza sogar auf der 4. Im italienischen Pokal sah es lange sehr gut aus, aber dann im Finale musste man sich leider gegen Florenz mit 3-2 geschlagen geben. In der Champions League konnte AC Mailand bis ins vierte Finale kommen, dort war aber mal wieder Schluss gegen Manchester City, die am Ende dann auch die Champions League gegen Barcelona im Finale gewinnen konnten. Schaut euch auch gerne die anderen Spielerkarrieren an und schreibt in die Kommentare, welchen Spieler wir als nächstes machen sollen und bis zum nächsten Mal.